So, willkommen zur schnellsten Installation von einem Mod. Zuerst öffnet ihr Minecraft. Lösch den Meta-Info-Ordner. Geht aufs Internet. Link in der Beschreibung. Drückt auf Werbung überspringen. Ladet das hier runter. Öffnet das. Wartet auf schließen. So ein Scheiß. Zieht das hier rüber? Bam. Okay. Schließen. Minecraft starten. Login. Komm, mach nicht zu lange. Mach nicht zu lange. Komm, 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 komm. Multiplayer. Login. Bam! Yeah, man. Zu meinen Items in, ich weiß auch nicht, wieviel Sekunden. So. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen. Ciao.